das morgen opa zockt was geht bei dir bis zum ersten mal hier ich habe wieder scheiße heim on peace egal so wollen wir eine runde mal gucken ob wir jetzt tatsächlich waren sind das funktioniert noch nix jetzt will mitspielen ich werde eigentlich noch gar nicht gefrühstückt aber guck mal 9 uhr ich kann jetzt auch eigentlich warten bis mittag ist und dann jetzt nicht mittag essen das wäre eigentlich die sinnvollste art ja klar kaffee frischer kaffee muss sein aber da habe ich am tag darf mein handy klingelt glaube ich am tag drei dinger weg aber nicht nur wasser ist genauso wichtig wasser zum bloßlöschen und kaffee um wasser aus dem mund mehr zu kriegen ist schon wichtig ich bin jetzt echt gespannt ob ich war denn gestern haben wir diese referenz wurde mir gezeigt kannte ich gar nicht aber gespielt ein abgeschlossen ein angefangen und habe ich jetzt heute früh sende gemacht so ein 700er web ran und dann sagen die leute ja wir spielen das immer zum warm machen und dann geht es erst den kampf manche immer so ob wir dann warm sind weiß ich nicht aber sehen wir gleich bei uns abfahrt bedankt haben wir uns auch wir haben eine einstellung geändert da steht überall wieder spieler 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 ich denke jetzt hast du wieder streamen gemacht aber darf man das nicht täuschen wir landen auf unsere insel aber Aber es gibt kein Solo-Rank. Und Baxter pennt noch. Ich habe Glück, hier landet nur einer. Sollen wir uns schnell eine Waffe holen? Wow, einer ist schon gelandet. Hier ist eine Waffe. Uuuuh, Biggie. Nehmen wir natürlich mit. So ist er nicht für Waffe. Wechseln. Pistole, wo ist die Kampfmaschinenpistole? Na komm her. Oder traut er sich jetzt nicht mehr? Ich glaube, der traut sich nicht mehr. Eine legendäre Truhe. Uuuuh. Schaus an Pumpkin will ich nicht. Boah, ja man. Hier ist keiner. Dann nehmen wir den Geschütztorben mit. So, der LKW ist noch. Ne, ich glaube der LKW ist tot. Wow, vielen Dank für den Follower. Menschliche Silhouette neue. Er, Follower, es, Opa zockt 1 willkommen. 102 Follower. Plus 1. Ey, ey, ich will mein Medikit haben. Und da hin. Jawohl, Minis. Gib her. Blaue Kampfmaschinenpistole. Ich bin jetzt echt so entschlossen. Tja. Scharf sein. Pappkamp kann es auch nicht gewinnen. Ja, ne, wir bleiben so. Und suchen uns jetzt. Ein Ort, wo wir mehr Menschen finden. Oh, Pilze. Pilze am Morgen. Vertreiben Kummer und Sorgen. DJ Hunde Friedhof. Ja, der ist auch witzig. Ab ins Haus. So, hier sind nämlich ganz viele Trugen. Hoffentlich. Aber ganz wichtig, Munition, weil die wurde schon gelootet. Aber hier oben nicht. Da geht's höher. Muss noch höher. Hier ist noch mehr Munition. Maschinenpistole mit Visier. Nein, ich hab das Stürmgewehr. Das ist besser. Meine ich. Sollte eigentlich richtig sein. Erst hin, dann schießen. Ja. Achso, warte. Ich muss ja meinen Titel noch ändern. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich kriege das andere Fall. Warte, warte, warte. Hallo. So, jetzt höre ich dich. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich hab schon auf der Arbeit angerufen und gesagt, dass du heute rauskommst, ich kann morgen arbeiten kann. Alles gut. Ich hab auf der Arbeit schon angerufen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier Menschen finde, die ich hier töten kann. Wie geht's hier sonst? Ah, was ist das denn? Das kann ich sagen, der haut doch nur ab. So, jetzt ist er tot. Du, Flucht ist sinnlos bei mir. Ich habe gedacht, du bist du, oder? Warte mal, wir haben einfach. Ja, man, eine blaue Pumpkant, die nehmen wir, auch wenn ich die nicht so feiere. Ich werde mit meinem PC. Oh, cool. Alles klar, Büschleger. So, jetzt habe ich die in der Kopfhörer drin, ne? Geil. Oh, ja. Ja, wenn man nur zwei Waffen hat, ist das alles kritisch. Eine Schatzkarte. Ja, oh, 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 oh. Warte, erst nehmen wir den Biggie. Ich glaube, wir sterben nicht. Aber ich sehe noch andere Leute schießen. Und dann nehmen wir den Sturfsatz. Und die Karte. Alter, das ist für einer. Der war gut. Also, ich muss sagen, warm bin ich nicht. Bei weitem noch nicht. Wir müssen den Titel doch ändern. Ich glaube, da ist noch ein anderer Titel drin. Stream-Info. Ich glaube, da ist noch ein anderer Titel. Das müssen wir ändern, weil... Ähm... Ich glaube, da ist noch ein anderer Titel. Aber ich glaube, ich habe richtig geschrieben. Sollte passen. So. Jetzt können wir wieder getrost spielen. Wenn die Runde jemand anfängt, kann man schon mal den Kopfhörer da rausnehmen. Aber ich habe zwar auf TikTok ganz viele Clips gesehen von... Äh, wer ist das? Von Temu. Wenn du hier Temu-Kopfhörer bestellst, weißt du, so schlechten Sound. Ich habe mir jetzt welche bestellt. Die sind nicht kacke. Muss ich sagen. Aber witzig im Alltag zeigen. Endlich kann ich sagen. Ich habe auch so ganz kleine Bluetooth-Kopfhörer. So, gleich geht's los. Guck mal. 3K Gold. Nicht mehr viel bis zum Gold-Cap. Oder ich suche mir gleich wieder eine... Mario Kart. Umarmendes Gesicht der 700er des Rang geht weiter. Null-Bown Royal Fortmitte. Gehrzunge ausstrecken. Das Gesicht mit krampfhaft verschlossenen Augen. TTS. Ja, Opa. Geil. Ähm. Pass auf hier. Einfach Dirt-Eden. B-O-E-H-R-P-E. Zwischen Döner und Torte. Dann kannst du nächste Runde direkt mitspielen. Ich kann es ja auch so reinschreiben. Warte mal so. D-O-E-H-R-P-E. Fertig. Zwischen Döner und Torte. Ach, wir landen mal da. Mitten in der Barachai. Ah, nee. Wir nehmen das Häuschen da auf den Bär. Oberzockt. Was für ein Modus spielst du denn? Müll bauen. Spielst du baum? Oder ist dir das alles egal? Ah, dieses Viech ist so hässlich. Willkommen. Gleich ist die Runde vorbei. Und dann können wir zu zweit spielen. Dann können wir auch ranked spielen. Ja. So, gibt es hier eine Waffe. Mist. Das war hier Pumpkan. Ja, dann müssen wir das mitnehmen. Dann müssen wir das mitnehmen. Da oben ist Magazinkiste. Das ist nicht so super. Aber da bin ich glaube echt... Maschinenpistole ist besser. So, ob... Oh, da ist ein Einhorn. Hallo, redest du? Eigentlich schon, oder? Hörst du mich? Ja. Ja, ich hör dich. Und ich werde auch nicht schreien. Und ich werde keine versauten Worte sagen. Oh, wunderbar. Ja. Einhorn ist tot. Also, ich bin stream... Wie sag man da? Stream geeignet. Also, bisher... Egal, welche Leute mitgespielt haben. Es gab keine Probleme. Also, da waren auch ein paar. Die haben auch ein bisschen gemeckert. Und da waren auch ein paar. Die haben auch ein bisschen geflucht. Aber so... Gab es bisher keine Probleme. Also, ich glaube nicht, dass da eben Probleme gibt. Darf ich gemeint sein? Ja, klar. Warum nicht? Darf ich dann auch streamen? Ich habe schon 95 Follower. Ja, klar. Mach doch. Nee, ich habe gar nicht 5. Mach doch. So, super. Komm mal zusammen. Mehr Leute, mehr Spaß. Ja, ich weiß. Aber manche mögen das nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist so ein Konkurrenzverhalten, was ich nicht nachvollziehen kann. Was für eine Konkurrenz? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wo die da Konkurrenz sehen. Spielt doch jetzt so. Oh, Schüsse. Ich weiß nicht, wo die Leute da immer konkurrieren oder Konkurrenz sehen. Tatsächlich. Ich meine... Das kann doch jeder frei sein. Du... 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 Genau. Du wirst wahrscheinlich von mir profitieren, dass du auch Follower kriegst von mir und... Also meine Leute. Aber wenn du gleich live gehst, dann schick mir gleich mal deinen Namen. Dann kann ich das hier verlinken. Nee, bitte nicht verlinken. Ah, okay. Dann ne. Alles gut. Aber... Ich heiße Oberzucht 1. Wart mal. Hier ist einer. Hier rennt einer rum. Waffen nachladen. Hier unten ist er. Und tot. So. Wieder einer weg. Ich habe nur graue Waffen. Nur graue Waffen. Munition bin ich voll. Nein, Quatsch. Hat das Lama mich gar nicht voll gemacht? Na. Keine Pumka, Muni. Aber hier draußen sind... Lass eine gute Waffe da sein. Schärfsamtpumpt ganz scheiße. Da hat man jetzt nicht so ein Gewehr. Ich kenne mich da gar nicht so aus mit einer Waffe. Visier. Achso, ich bin kein Venkid-Spieler. Den machst du mit mir total miese. Ist ja nicht schlimm. Aber ich sag's nur. Alles was man verliert, kann man wieder aufbauen. Ja, aber es ist ärgerlich. Ach. Ja. Also. Für viele mag es ärgerlich sein. Für mich nicht. Ich spiele das Spiel aus Spaß. Nicht, weil ich irgendwo Weltbester sein werden will. Ich spiele das Spiel aber auch erst seit letztes Jahr Sommer. Ne, muss man sagen. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Wow. Wo ist er? Der ist abgehauen. Ja. Irgendwann hat er mir ein bisschen weh getan. Granaten mehr, verbräunig. Anzündungsladung. Aber was spielst du denn? Spielst du denn bauen oder spielst du ohne bauen? Ich kann nicht bauen, aber ich bin doof. Ich auch. Ich kann auch nicht bauen. Ich spiel auch immer null bauen. Aber ich habe hier letztens eine Diskussion gehabt mit der, äh, mit der Miss Blackstar. Die spielst du nur bauen, wegen der einen Mauer, die sie aufbauen kann. Indem sie, äh, dann nicht stirbt. Okay. Und dann trotzdem stirbt. Warte, hier hat er rum. Hier hat er rum. Wo? Wo ist er? Der ist... Das ist ein Dino. Hä? Der ist weg. Na denn. Das ist das Vizepot gut, was du da hast. Das ist was? Der Vizepot, was du hast, da gut, für mich. Wir haben sich ein Element gesagt. Ähm. Ja, ich finde den Vizepot gut. Der liest dir halt, äh, wie gesagt, auch Sachen vor. Der hat auch im Chat, ähm, können Leute spielen. So keine Würfel-Spielchen und, äh, Angel-Spielchen. Habe ich jetzt aber alles aus, weil ich, ähm, ähm, Multistreamer war. Ich habe auf zwei, drei Plattformen Zeitgatt gestreamt. Es darf man ja eigentlich nicht. Und jetzt mache ich nur eine. Hä? Es darf man ja eigentlich nicht. Äh, wenn du einen, äh, Status hast, also wenn du Affiliate bist, Partner bist, dann nicht. Aber solange du keinen Status hast, sondern einfach nur Streamer bist, kann dir keiner was verbieten. Aber sobald, aber das ist, aber ich habe auch gehört, dass wenn du das machst, dass du halt von den Seiten irgendwie gedrosselt wirst, nicht überforscht, nein, oh, wow, hab ich Glück, gedrosselt wirst und dann auch gar nicht hast, den Status kommst. Deswegen habe ich damit jetzt aufgehört. Ja klar, sind wir zu dritt, bis vier Leute können wir mitspielen. Ne, drei. Ne, zwei. Wir sind schon zu dritt. Äh, zu zweit. Ja genau, zwei können noch. Ja, insgesamt vier. Also Lars, Gutschmitspieler. Und gute Maike, äh, Helena. So, da ist einer. Boah, der ist gut. Egal, wir hauen ab. Osser sehen nur. Nachlernen. Ah, da kommen die Dinos. Scheiße. Ne, jetzt bin ich so gut. So, jetzt gebe ich dir mal ein SO. Hä? Was hältst du vor? Was ist SO? Äh, so ein Konfliktverteil. Geht ruhig mal rüber, lasst ihm einen Follower da. Er freut sich bestimmt. Wo ist der Typ? Da ist er. Ich hab noch ein bisschen kopfweh. Ich weiß nicht, woran ich bin. Vom Wetter. Vor zwei Tagen hast du, äh, fast 30 Grad gehabt. Und an gestern die, äh, abruppte, ähm, Unterkühlung und den Sturm. Ich hab keine Ahnung mehr. Hine am Kreis, ähm, Magedo macht alles weh. So, hab ihn geholt. Das war aber nicht der, der mich angriffen hat. Weil der war, der ist hier war, das ist nicht so gut. Nachladen, ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich bräuchte langsam mal so. Du hast gar nicht, wie oft ich sterbe, nur weil ich vergessen habe, nachzuladen. Das ist das, und falsch halte ich auch gut im Koma. Ja, Fallschaden ist richtig gut. Ja. So, wo wo man, ah, hier ist noch einer. Komm, der muss jetzt auch nachladen, der ist gestorben, den nachladen. Ja, erpreise mal die zu. Schau mal. Äh, mitspielt jetzt, darf ich nur, wenn du ihm ein Follower dala schlaß. Voll hier mein. Hier ist einer. Nee, hinter mir? Doch, hinter mir. Nee. Da ist er doch. Ja, der war hinter mir. der schlaß. Da. Ja, der hat ich gesehen, Keine Ahnung. Äh, es gibt hier Infrarot, dem ja, dann siehst du halt, ähm, Oh, aniquatsch, nie das besser als blau. Das sehe ich beinahe, das Gute weggeworfen. Wollt gerade sage. Äh, ich hoffe, du hast die Gute auf. Äh, Yeah, danke für dein Follower. Äh, ich muss einfach nur, ich kann dir, du kannst die Leute ja schon einladen. Also, das solltest du auch können. der stellt eine Frage. Ich habe ihm gesagt, er darf nur mitspielen, wenn er dir ein Follower dala ist. Das überrasch ich dir. Also, ich habe da meistens, ich habe da meistens keine Bedingungen. Wer weiß, dass es ein Spaß war. Aber, vielen Dank für die Follower, Leute. Vielen Dank. So, wollen wir mal hier gucken. Ja, ähnlich wie die. Das Infrarot-DMR sorgt dafür, dass man, ähm, das so, hat die, äh, Wärme siehst. Wahrscheinlich hat er mich so gesehen. Er hat aber keins gehabt. Stimmt. Stimmt. Er hat keins gehabt. Menschliche Silhouette neue, er verlobt es. Oh, Lalehlu. Vielen Dank. Toxic Death. Ja, das hört sich super an. Ich danke dir, dass ich mich in Vollwater glasse hast. Ich bin gar nicht mehr als Zona. Ja, dauert auch nicht lange. Die Runde ist auch schon bald vorbei. Immer langsam, immer locker. Ich bin doch nicht mal wach. Ach so. Aber Kaffee hast du schon gemacht. Ja, hab ich schon einer. Hab ich schon einer in der Hand. Wichtig. Äh, Helena, dann schnell. Wichtigste. Machst du dann auch Abilé, oder? Was ist das? Äh, Abilé, dass du, dass man dich abonnieren kann und so. Ja, ja, da will ich jetzt hinausarbeiten. Und deswegen hab ich auch so auch die ganzen Multistream-Plattformen, die ich vorher gemacht habe, alle ausgemacht. Okay. Also, ich darf nur gleichzeitig streamen auf TikTok. Genau. Das ist im Affiliate-Modus, äh, erlaub. aber, aber, das war, ich ne, der hatte, du nur streamen auf Twitch. Oh, ich auch. Mann. Da oben, da oben mitgeballert. Ähm, da ist er. Jawohl, ich dachte schon, der haut mir ab, aber, also, wenn ich sehe, was du da zusammenballern, dusch und so, dann muss ich mich in den Action stellen und schämen. Warum? Weil ich nicht so gut bin. Ah, alles gut. Ganz wichtig immer beim Spielen ist das Spiel Spaß. Nicht, ob jetzt jemand besser ist oder schlechter ist. Das ist immer irrelevant. Wir spielen zusammen, wir sterben zusammen. Das ist der Nächste. Oh, falsche Waffe. Also, mir hat halt nach, irgendjemand eine Freundschaftsanfrage gestellt, aber, ich hab hier auch noch zwei, auch noch Vorstands-Anfragen. Ich, äh, nehm die gar nicht alle an. Aber wenn ich weiß, dass jetzt einer onstream da jetzt, äh, mitspielen will und sich das ungefähr gleich, dann nehm ich die natürlich an. Sonst kannst du ja nicht mitspielen. Ja, ich hab den jetzt abgelenkt, um ehrlich zu sein. Ja. Weil ich nicht weiß, wer da auch ist. Was man nicht. Ja, genau, eben. Ah, so, warte mal. Komm hoch. Ich dachte schon, ich kann gleich noch. Ich muss sagen, dieses Sturmgewehr, gefällt mir. So, warte mal. Ich geh mal nach oben. Nur noch 13 Leute. Oh, da, da ist auch schon wieder einer. Da. Habe ich gar nicht da. Vegeta. Vegeta ist kaputt. Ein Bösewicht hat auch gegen mich keine Chance. Das ist der Nächste. Der ist aber echt weg. Ich hab dir nicht alles gut. Ich hab guckt, wer. Ich hab dir auch einen Kladen, aber die kommen nicht bei mir. Äh, ja. Können wir uns gleich gucken? Wo ist er denn jetzt? Oh. Hä, wie kann man denn jetzt da hin? Ach so, der ist hinter der Eiswand da. Okay. Bäm. Hat er die nächste Wand aufgebaut. So hoch ein. Na komm hoch. Kommst du hoch? Nein, jetzt bin ich. Ich bin runtergefallen. Au, das war's. Elfer Platz. Aber hey, Elfer ist besser als Vierzigster. Ah, ich mach dann als der Fünfundzwanzigste im Team. Was machst du? Den Fünfundzwanzigsten Platz im Team. Ach quatsch, geht ja gar nicht. Ach so, klar, Vierer Team, 35 Plätze. Nein. Alle, alle, die bei mir sterben, die werden wiederbelebt. Ja, die anderen sind ja auch. Ich rette jeden, ich lasse niemanden zurück. So. Wir treffen uns an Zolli. Äh, Lobby. Sorry. So, Lars ist noch im Match. So, wollen wir mal kurz unsere Sterne vergolden. Ja, jetzt wird bloß noch rauskommen, dass wir bereit machen können. Oh Gott. So, Werte 1 gesammelt. Hast du so Dead Franz mal gespielt? Nee. Ja, hab ich gespielt. Intensiv, ist total langweilig. Ja, finde ich auch. Ich hab doch gestern kennengelernt. Und, äh, hier, mit Bexer, ne, äh, Streaming-Kollegin. Äh, Lars, einmal bitte Lobby. Und, äh, die war so völlig, die war so völlig verblüfft. Boah, du hast das noch nie gespielt? Nö, ich kenn dich gar nicht. Aber der gestern ein paar, hat der zwei rausgeholt in der Hoffnung, ich zerbreche, aber ich bin unkaputtbar. Am Ende ist das geschafft und die waren ganz traurig. Aber ja, das ist, ich muss sagen, ist nicht so ganz meins, so ein Redbrand. Ne, das ist immer zu, ich war irgendwie nicht. Das ist langweilig. auch für die Zuschauer denke ich, wenn es mir schon nicht gefällt, was sollen die anderen Zuschauer dann denken? Ähm, jein, also das kann ich nicht. Also, es gibt bestimmt Menschen, die das mögen, ne, also, äh, bei, bei Bexer zum Beispiel, sie macht, äh, sie macht fast nur diese Deathruns und wenig, ähm, Müll bauen oder Battle Royales. Äh, die hat ihre Community aufgebaut mit Leuten, die das mögen und feiern. Ist ja auch okay. Ist ja auch, vollkommen in Ordnung, aber es gibt Menschen, die mögen das tatsächlich. Ich mag's nicht. Ich auch nicht. Aber was ich ausprobieren will, es gibt da, es gibt da einen, der hat da so eine Mario Kart Strecke gebaut, da kannst du da halt Mario Kart spielen. Das will ich ausprobieren. Mario Kart in Fortnite. Wenn ihr Mario Kart für Arme spiele, will spiele Kart Wild Drift. Gibt's bei Steam, Xbox und bei Playstation umsonst. Wie heißt das? Äh, Kart Wild Drift. Muss ich mir aufschreiben. Kart Wild Drift. Kart Wild Drift. Kart Wild Drift. Okay, da haben wir's. So, das ist für später. So, bei mir dürfen Zuschauer erscheinen, wo wir landen. Deswegen, ob jetzt Opa zockt, oder Lars, ich bitte einen darum, um für eine Markierung. Lars, mach das bisschen. Alles klar. Darf ich auch, aber ich? Äh, Hört sich so an. So, alles klar, auf dem Bauernhof. Da wäre ich auch schon länger nicht mehr. Oh, Abfahrt. Ich heiße übrigens Thomas so, nur am Rande erwähnt. Thomas, ich bin Johann. Wie? Ich bin Johann. Aber Thomas, du bist aber normal geschrieben, T-H-O-M-A-S. Ich hab bei mir auf der Arbeit einen Günther, der ohne H geschrieben wird. Okay. und ein Markus, der nicht mit K, sondern mit C geschrieben wird. Überleg mal. Marcuse. Ich zieh ihn immer da drauf, so, so, französisch. Ich hoffe, ich kriege jetzt direkt eine Waffe. Aber Günther ohne H, das habe ich noch nie erlebt. Aber hey, Ausnahmen bestätigen die Regel. Oh, da haben wir doch schon was, wo ich mir das Boden ergefallen habe. Oh yeah, ich hab meinen, Warte, da nimm dir ein Mini mit. Warte, falsch. Da kann man Nicole den Dings kaufen. Du was? Doppel-Magazin. Oh ne. Schock-Rand-Granate, nimm mal mit. Kampfmaschinenpistole. Hab ich schon. So, den Mini-Dringer, wie du gesagt hast. Oh, Mini-Pack nimm mal mit. Was? Ja, überall diese Seil und Pistolen. Ah ja, den Arm. Das heißt gar nichts. Guck mal, hier liegt ein Dings. So liegt der Koffer an ihm, oder du? Den Koffer an ihm, du, den bräuch' ich nicht. Okay. Ich hab so, mein Standard ist so dieser Rambock zum Fliegen, dann eine Pumpgun, immer, so versuche ich, und dann irgendeine Waffe mit Visier. Jetzt hab ich natürlich keine Waffe mit Visier, aber auch keine Pumpgun, aber ich hab zwei, ich hab zwei Waffen, das ist nur noch. Ich hasse diese Büsche. Wofür die gut sind, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also, ihr habt die auch noch nie benutzt. Ah, die Pumpkunst will ich nicht. Ah, willst du die blaue Waffe haben? Ich hab zwei, ich kann die hier abgeben. Warte. Ich hab alles. Da. Wenn jemand mit der, die haben will. Ich bin da ganz prägt, leicht. Was heißt jetzt, EBRZ, ich hab das nicht richtig mitbekommen. Achso, ich hab mir von so einer chinesischen Seite sowas ähnliches wie AliExpress, Wish und die, die mich alle heißen. Heißt die wahrscheinlich. Genau, bei Temo hab ich mir jetzt so bestellt gehabt. Wollte ich mal ausprobieren. Und dann sehe ich auf TikTok, also nachher Bestellung, äh, mehrere Videos so, bestellst du deine Kopfhörer bei Temo und dann schlechte Soundqualität und so, ne? Aber die TikToks dann witzig aus und ich sag mir so, hm, mal gucken, ob das stimmt. Kann ich nicht bestätigen. Also meine Kopfhörer sind super. Und für einen 10er warst du nichts verkehrt. Äh, ich sag mal so rum, auf TikTok glaub mir sowieso nichts. Ja, danke, die Pumpkan nehme ich. Habe ich mir so was, was ich fang? ich bin ein Fan von der Automatischen und ich mag die. Alle sagen zwar, dass sie schlecht ist, aber hey, ich töte damit Leute. Oh, jetzt haben wir hier glaube ich alles abgelootet. Äh, wir haben irgendwie was in der Nähe mit der Begründung. Hier ist gelbe Haus ich gelootet, oder war jetzt jemand von euch? Ach so, das ist das, das ist das, äh, Gebiet, was wir erobert haben. Wenn du miteinander durchgehst, dann siehst du, wer es erobert hat. Äh, Ah, guten Morgen, Helena. Du hast aber oben nicht gemacht, aber hier steht im gelben Haus. Okay. Die Augen noch nicht ganz aus. Willkommen, glaube ich auch. Hallo. Ah, guten Morgen, Helena. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ist jetzt ich auch. Die Knochen bewegen sich. Ich wache heute Morgen auf und habe erstmal Halsschmerzen. Dann hast du dich nicht richtig zugedickt. Ich hätte was gesagt, ich will kaum mal hier dich zugedickt. Ja, genau. Dann hast du mir so eine Schmerztablette reingeküssen. Okay. So. Ich habe vor kurzem gelernt, dass man nicht Ivo nehmen sollte, sondern sowas wie Novamin-Sulform. Bei Ibuprofen hat Antibiotika-Brünner so ein bisschen. Das ist bei mir aber auch nicht schlecht. Antibiotika, das bedeutet, du hast Dings drin. Das ist etwas nett. Da, vorn. Ja, ja, genau, das war eine Entzündung rauszukriegen, glaube ich. Ja, Ja, das hat schon vor ein paar Tagen angefangen, aber gestern war dann aber wieder alles gut und heute Morgen war ich hier auf und denke mir, Alter. Und hier kommen gleich Menschen. Weil hier wurde gerade geballert. Ich habe da irgendwelche Flügel, aber für was ich weiß es auch nicht. da hinten. Ist er jetzt mit dem Auto abgehauen? Ah, ich habe meinen Rambock nicht bereit. Da kommt noch einer. Da kommen noch zwei. Ja, nachher ist es immer kacke. Aber hier wurde gerade geballert. Achso, da ist er. Da kommen wir raus. Ich bin noch. Links von dir. Du musst links sein. Oder so. Links von mir ist der Bot. ich bin noch wie eine Foul gerade. Bäm. Ich glaube, next Woche muss ich wieder arbeiten, Helena. So, der Erste ist kaputt. Halten. Hä? Was? Äh, arbeiten. Ja. Kann man das essen? Arbeit sorgt für Essen. Oh, Hier im Baum ist... Oh, das ist für ein cooler Speer. Ich habe jetzt tatsächlich, zwei meiner Xbox-Kontrolle haben jetzt einen Stickjust bekommen. Vom zu viel zocken. Jetzt spiele ich mit dem Nintendo Switch-Kontrolle am PC. Ich habe vorübergehend, ich weiß nicht wie lange, keine Ahnung, äh, leihweise jetzt vier, fünf. Oh, cool. Ich hoffe, sie schnell schlimm, wenn ich den Typ verhöte. Oh, Zone, Zone. Kaputt. Oh, die haben Schlürfsäfte. Hammer. Nehmt euch mal jeder ein paar. Oh, Stück Pizza essen. Nimm ich auch eins. Mein Hammer, bitte liegen lassen, wo ist jetzt der scheiß Ding hat, der Tour A da. Da. Ja, gestatt habe ich angerufen, dass ich auf der Scheinstelle, bla, 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 bla. Ach, mir schießt einer von da. Alles klar. Vorsicht, der Snipes. Oh, genug, er hat es genug. Also, ich habe das gegen Sturmbeheilungsanlage gesichert. Oh. Es geht auch, wenn man ein bisschen todisch. Also, wenn man sich bewegen kann, können wir noch looten und Sachen aktivieren. Thomas, gehst du den ganz kaputt mal? Ach so, okay. Der kallt da irgendwo noch rum. Ich sehe ihn. So, vielen Dank. Er hat sein Völkerfalle lassen. Dann muss er aber ja noch einer sein. Ja, muss ich dann noch einer sein. Am Rand, die weh merkt. Aber war nicht so schlecht. Ja, Mann. Irgendwo. Hat jemand von Karmunition? Ja, ja, zwei, drei, schluss, nur, sorry. hier, komm her. Ne, alles gut, dann bald mal. Oh, vielen Dank. Ich hab, ich hab den Rambock zu moving, ich komm weg. Wenn ihr euch vor mir stellt, kann ich euch wegschubsen. Da, von rechts wird auf jeden Fall geschossen. Führerscheinstelle anrufen und hab dann mein, so wie sieht's aus mit vorläufigem Führerschein. Ja, das kostet zehn Euro extra. Oh, die wollen für alles Cola haben. Dann hab ich zu dem Typ gesagt, ich hab den Führerschein in der Arbeit, die zehn Euro verdient ihr dann in einer Stunde oder so. Es ist beim Amt immer richtig schlimm. Ich hab damals mit dem Führerschein, ich hab auch noch welche. Ich bin hinter dir. Hat irgendjemand Scharfschützegewehr Munition? Ich kann gleich kommen. Äh, ja, ja, kannst du alles haben. Dankeschön. Bitte schön. Ja, bitte schön, genau. Oh, ey. Warte, wo ist denn er ist unser Lars? Boah, ich hab ja nur geballert. Ach was? Um 16 Uhr krieg ich doch, äh, einen Besuch. Lars ist nach oben. Gibt's Kaffee in den Besuch? Nein, hab ich einen Nock? Nee. Ich komm hoch, ich komm hoch zu dir. Also noch zwei oder so. Ah ja, ehrlich, ich hab's nicht hoch geschafft. Was ist das denn für... Dann aber hier. Was? Das ist doch... Was ist das denn für... Hier läuft noch einer, ja, einer, ja. Hier war einer, achso, da bist du, Den hatte ich genockt und den anderen hab ich hier oben. Oh, hier, Munition. Danke. Oh, hier steht die Zone. Ja, wir haben noch 20 Sekunden. Oh, noch mehr Munition. Ja, jetzt kommt ein Dino. Oh, ich hab auch Schlüssel. Oh, cool. wenn jemand noch brauchen. Aufruflichzone kommt. Na ja, die ist aber langsam jetzt. Hier unten ist halt... Oh, sieh. Ich sag mal, die komische Dings da mal. was steht hier im Panzer. Wow, ich hab beschossen. Das war nicht von wo. Von hinten. Aus der Richtung. ist halt einer weg. Er hat aber auch keine Freunde mehr, weil der ist direkt down gegangen. direkt platz. Ja, der hat geplatzt. Und wo? Ja, ich bin hier. Au. nachladen. Oh, lass es nicht. Sniper. da. Bitte. 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 Da werden sie gegeln an eine Eigenplatte zu Kaffee und Kuchen. Und ja. Achso, falls jemand Interesse hat, ich kann sehen, wo die nächste Zone ist. Ja, sehen wir ja auch. Achso, okay. Hinter uns auch. Achso, das ist Laste davon, da um es rein. Der ist da hinten. Ich gehe ran. Ah, der ist schon gut. Er ist, Blue Life müsste wegfallen. Er ist genockt. Kaputt. Uh, eine blaue. Da unten sind welche? Welche? Ja, ich sehe, dass hier geschossen wird, aber ich sehe nicht, wo. Dahin. Ja, voll in den Abgrund rein. Aber um das Blumen bekommen. War da eine Blume? Oder kommt Schlamm? Nee, ich habe da irgendein Blumen. Da unten. Wie findet ihr eigentlich das neue Update? Ich finde es super. Die Euro Akademia war schon immer spitze. Da ist der Handschuh. Ah, Zone. Schade. Der Handschuh ist eigentlich toll. Aber der Smash, der ist übelst krass. Oh. Ja. Der nockt ein ganzes Team weg. Hast du ihn gestern nicht gespielt? Nein, ich habe so konflikt gehabt, ich könnte nicht. Ich habe gestern aber auch von Kasten. Hörin, bleib mal stehen. Oh, stimmt. Blue Life. Danke. Das ist kein Problem. Der nächste Ding. Gute Maike. Deniz. So, Lars ist ganz weit vorne. Ich bin hier oben. Ach nee, Quatsch. Nehmt uns. Es neben uns. Ich bin nur nach oben gegangen, weil ohne das immer ein bisschen Käse. Ja. War gut, du bist auch der Sniper. ich habe keine Sniper. Ja, da kommen welche? aus dem Haus. Ich habe ihn. Vermaut. Tot. Von links. Von links. Vermaut. Tot. Das Update für den Rechner sind 6 Gigabyte, Pauli. Wann gab es denn ein Update? Der Start ist dann. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, ich schaffe nicht. Ja, hier hinten am Eis sind noch welche irgendwo. So. So ist es noch ein bisschen weitergekriegt. Wo? 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 Da oben noch, da müssen wir leider auch hinlaufen. Wo ist oben? Ja, da oben auf dem Eis. Bleib weg, bleib weg, komm schon wieder hoch, von unter, von wo, ach Digga, ja, ich weiß bis jetzt noch nicht, wo die mich abgeschossen hätten. Planlos umher getan. Lobby oder? Ja, 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 Helena, Maricu, jeder. Okay. Genau. Helena. Na. Man könnte es doch mal mit, na du kleine Knuddelmaus probieren. So, einfügen. Geht gerne mal rüber, lass ihm einen Follower da, hast du ihn zu anderen Zeiten, wie ich glaube. Ich bin beides. Meine kam auch so aus. Ich gehöre aber auch schon zu etwas älteren Generationen. Ich spiele Fortnite erst seit letztes Jahr. Ich habe es vorher nie angefasst. Und wie bist du auf Fortnite Karma? Ähm, Dragon Ball Event. Was? Letztes Jahr gab es Dragon Ball, da war schon Goku da. Da dachte ich mir so, yeah, könnte ich mir angucken. Und dann mit dem K bm H, die ganze Map rasiert. Das war schon cool. Oh Gott! He 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 he. Neu, Pauli, vielen Dank für das Follow! Und... Also Bauen Modus ist tatsächlich nie meins, deswegen hab ich Fortnite auch echt so angemieden. Ich kann da auch echt gar nicht bauen. Nicht meine Mauer. aber das nur bauen das macht echt bock das ist halt einfach so total real aber du musst die menschen nicht töten du kannst auch die welt erkunden und kannst trotzdem zweiter werden ja das ist das ist krass ich habe hier ein paar richtig kraft zu spieler eine freundesliste und die spiel hat gerne bauen und spiele ich halt auch zwischen ich nur ohne bauen mit denen und ich dann sehe was die da reinzimmern ganze sky base mit einig so so ein wolken kratzer und zwei sekunden und ich denke so du triffst doch den menschen nicht mehr keine ahnung wir richten uns an las und helene die zwei dürfen sich abwechseln helena tut mir leid meine mama heißt auch helene ich habe eine bekannte die helene heißen die heißen alle mit e verzeih mir wenn ich zwischendurch das abendem e tausche aber ich versuch das in ordnung nur so lernt man durch dauernde korrektur lernt man ja gut mal zu meiner mama sage ich mama das wird sich nie ändern ich meine brauche gar nicht mehr schwätzer der reihe wird freundschaft kündigt nix so hier lang so einige als gar ich habe weg eine waffe also das ist das last der mir vorbei rennt so wirst du da ich habe einen fall schaden ich hatte fall schaden und dann hat ein schuss gereicht so unter 2 ja nicht schlimm ich komm ich komm ey ich werde schon hochgeholt wieder ok da liegen berlin oh ich hätte jetzt kommt hier 3 2 1 Willkommen im leben oh shit ne millisekunde zu früh weg bewegt ooh warte kommst du mir ich habe sprähdose wunderbar voll noch einer kommt das unter uns ach so ist es ein bord egal was geschichte seit einem neuen update bestimmt bevor ich sind zwei irgendwo über uns unter uns so ich habe noch klar ist für dich vielen dank für den bg so wollen wir mal richtung keller oder oh experten pump gun die nehme ich gerade alles klar klar wo ist denn der keller ist die andere frage in den tresorräumen habe ich immer ein problem ich kann mir nie den facken weg merken warte ich komme mal zu mir ich glaube ich war jetzt nötiger du musst da quasi raus zum neustart wagen warte ich sehe es so ach so da unten ok ich komme wo bist du jetzt hingelaufen runter zum opa zockt opa zockt und las das geht nicht kaputt die leute hier sind irgendwie ich glaube wir haben eine botlobby erwischt ja sehen wir ja aber auch in der botlobby können wir sterben ich glaube ich habe den tresor ich glaube ich habe den tresor wir sind besuchen wir das sind ja ich noch nicht opa zockt doch dann bin ich auch hier beim tresor irgendwo ich komme ach hier das ist mir beim ersten mal passiert der rückläufer die selber wollen nicht die nimmt dann die bei ich wenn du es nicht würdest ich habe aussehen die muni eingesteckt ich habe aussehen die muni eingesteckt ich habe die 13 schuhe ich habe die 13 schuhe das ist kein problem strahlengewehr Oh, das MK7. Darf ich das MK7 haben? Moin, Randy. Vielen Dank für den Follow. So, seid ihr bereit? Können wir schon einschlagen? Morgen. Boah, so, ich bin frei. Ich möchte schon draußen. Rambock ist echt phänomenal. Randy, was geht bei dir? Gute Frage. Wir können ins nächste große Gebiet gehen. Oder ins kleine. Oh, Pizza. Ich will Pizza hinpflegen, wenn jemand braucht. Guck, guck, guck. Ich werde nicht gemein sein, aber man sieht ja, warum kann kein Auto fahren? Auch im Spiel nicht. Ach, wir haben Kopfgeld. Ach, wir haben Kopfgeld. Wusste ich gar nicht. Ich habe doch ein Klingel. Hä? Bestimmt hier oben. Ja, hier im Bus. Nicht viel vielleicht auch gleich Fortnete spielen, wenn Frau mal wach wird, weil Solo macht keinen Spaß. Ah, ja, da hast du recht. Solo macht wenig Spaß. Ich würde dich hier einladen, aber wir sind leider voll. Da ist ja noch einer. Wo denn? Alles gut. Ja, ist schon so gut. Entweder haben mein Koffer. Ich bin kein Koffer. Gehen wir nach Putzal? Kein lang, wo es ist. Ich laufe euch nur hinterher. Alles so geht es mir ab, brutal. Ich glaube. Wohne an die Macht. Helena darf ich entscheiden. Steht ihr alle PC? Äh, nein. Wir haben zwei Playstation-Spieler da. Da ist ein Bot, den man nehmen kann. Wir haben zwei Playstation-Spieler da. Ich weiß es aber nicht auf vier oder fünf. Oder drei. Äh, wenn ich mal nicht gehe, ist kein Problem. Wie meine Leute. Nein, nein. Nicht klar. Warte. Hier ist schon ein komischer Todesding. Der Eis war nicht. Boah. Ich werde beinahe Falschaden. Ich auch, wo wir mal kurz aufs Gebiet, das hier ist. So, nachladen, nachladen. Also, ich spiele auf PS5, meine Frau. Ja, ist doch super. Hier sind noch, ähm, Gegner. Position für Kistole und so, ich bin voll. Achso. Ich bin so gut wie voll. 330 für das MK. Hab ich circa auch. Außer Pump. Aber sonst hab ich auch... Pump habe ich nur acht. Ja. Das geht so schön nicht. Hm, nix für anderes. Aber... Macht ihr auch die Aufgaben? Äh... Nein. Also, wenn ich alleine spiele, dann mache ich Aufgaben, ja. Äh, aber jetzt so... Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe auch gar nicht was für eine Aufgabe jetzt gerade da ist. Nee, mit Team ist es immer ein bisschen gut, wenn man Aufgaben macht. Ja. Finde ich auch. Man driftet zu weit auseinander. So. Da ist das Kopfgeld. Ja, ich bin davor. Ich habe mich hier geschossen. Ich habe einen 105er. Boah, so schlecht. Hab ich. Genockt. Hä, von wo hast du den? Achso, da hinten. Meine sind fast alle weg. So, der ist kaputt. Oh Mann, wie so läuft der alles so schnell, wie man auf den Faden hat. Ich bin da nicht so. Ich bin mehr fürs Rentnerleber. So, spaziererlaufen. Da mehr von die zu... Ha, erwischt. So, NPC ist kaputt. Nein, ich finde ich mir auch ein bisschen gerannt. Ah, nein, meine Waffe. Ich habe meine Waffe hingelegt. Boah. Wird nur nachladen. Achso, da. Opa. Hast gut gemacht. So, jetzt haben wir nicht mal die Munition. Ah nein, hier sind die Waffe nicht. Einmal Karte an mich. Komm rüber. OMK darf man nicht liegen lassen. Nee. Die sowieso nicht. Die MK ist die beste Waffe. Oh, Schlüffsäfte. Hammer. Leute, hier haben wir ein Sturmgewehr und Schubsäfte. Der ist in Gold, nämlich doch gerne. Wenn keiner den nimmt, nehme ich den auch noch mit. Und Gebäude niederreißen. Ha, erwischt. Ha, 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 ha. Ich hab noch nicht mal meine Dinge aufgemacht. Ich glaub, wo seid denn ihr Schub da? Ich bin noch bei dir. Ich bin hier. Ich seh' dich. Wo denn? Wow. Von den zwei, drei Sachen. Und unten? Nein. Und wo kann man denn? Ah, da. Einer genockt, einer tot. Komm ich jetzt hier rüber. Warum bin ich blöd? Einer noch einer tot. Ja. Ich müsste gleich in den Teamkameraden kommen. Ich helfe Elena. Ja. Warte, ich komm zu euch. Aber ich hab da keine Lust hinzurennen. Elena, von hier kommt noch einer. Ihr spielt auch nur ohne Bauen, oder? Ich schieße von der Insel. Ah, nee, die Insel ist auch gleich da. Doch, von der Insel weg hier. Ja, Randy, wir spielen nur ohne Bauen. Also, ich spiele nur ohne Bauen. Den Zuschauer wollen, ich spiele auch mal mit Bauen, aber sonst ohne. Ich mag Bauen nicht. Ich spiele nicht. Von hinter uns. Von da, ja, von hinter uns. Von da, von da, von da, von da, von da, von da Dingst du und sie runter. Von der Insel, ja, die sind doch immer immer auch immer. Oh, da hinten, ja. Da auf dem Dach. Aber da sind zwei, da sind zwei Teams, die bekriegen sich. Ich geh nach vorne zu euch. hier ist einer nein ich bin gegen die wand geflogen wenn er kein pilot bei brutal sind auch noch welche irgendwo hier rennt er rum hier und hier ich bin jetzt auch bei euch da wohl das gelbe ding ich muss in mir hin ja dann müssen wir dann können wir hinbewegen aber bei brutal waren noch welche ne aufpassen beziehungsweise ich habe einen gesehen ich kann es nicht sagen wir können doch da vorne mit dem jump pad wecken oder ich habe so ramm bock wenn die spielst du denn mit baum oder spielst du ohne baum oh die nächste zone wird ja richtig klein ja dann guckst du auch in welch ne ich habe es gesehen wenn man zusammenbleiben was wäre hm boah hat jemand noch schubsäfte gebraucht ich habe vier stück dabei ne ich sehe keinen ich auch nicht ja ja eigentlich sind wir voll gut mit dem jump pad ja wir sind komplett hinter es ist doch schön wenn du bauen kannst ich kann da gar nicht bauen ich bin da so lost krieg nicht mal ne mauer hin ich stell mal kopf wo stellst du denn hin habe ich markiert also sie von der insel müssen ja irgendwie hier rüber kommen ja 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 wo ich stell dir irgendwo anders da 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 unten im 1 ist einer einfach hier hinstellen ja wollte ich gerade und jetzt eben mal deckung suchen da unten ist einer genau den habe ich auch schon gesehen ja aber ich sehe ihn nicht ja der ist hinter dem das ja oh guck mal ah hier sind auch welche ja ja die sind schon hier bei uns direkt einer ist genau ah zone ich hab das markiert der muss da jetzt eh raus weil zone kommt ja oh mein koffer kann ich nicht mehr nehmen ich krieg zu viel zahlen wieso lass doch deinen koffer einfach stehen ja wir müssen schlafen doch stehen der sich doch in den dienst reingemacht manchmal weiß man nicht was man mitnehmen soll weil man zu wenig platz hat mit der zone das sein ist gut hast du noch ein bisschen zu auf ja wo hast du schubs aufs hier danke da bitte oh kann ich den nein nein wir stehen ziemlich offen wir müssen mal gucken ja wir müssen mal gucken so ein wach lang ich darf jetzt so weit vom koffer weg und da kommen sie ich mach mal die ganzen bäume hinweg ja hier sind sie wir müssen gleich rückwärts jetzt eigentlich war ein das tod wow das ist der nächste hinter uns wow da vom berg dann kommt noch einer da ist noch einer oben auf dem berg ja ich weiß ja da gehst du nach einer hin und dann kommen noch zwei von der hinterm berg oh nein lauf doch optimus prime du stirbst ja deinem ist tot den einen habe ich gut getroffen hier ist noch einer ja hier war einer ah tunnel ja wow gut egal jetzt schieb meinen koffer da dein typ habe bis hin getötet der ist jetzt gleich tot ich habe nichts zum heilen nein alter ach ich lege den auch irgendwo gern hin na nix wir haben gerade müssen raus und so oh oh wenn das feier stehst du denn dann noch wir müssen gucken wir in den zählen sie kommt da schon ja oh jawoll pizza ich ja noch ja aber ich stehe jetzt gern hierher aber ich will nein hier ist noch ein spray ne wir haben jetzt lagerfeuer und das ding warte ich nehme mir ein neues mit warte kann ich das spray holen doch ne da ist spray ja wo seid ihr ich bin hier oben drauf es ist nur ein einziger spieler da hinten abgehauen ist mit der kanone ja in unsere richtung kommen oh verdammt ich hab auch ne kanone ich hab auch ne kanone das könnte mal das könnte mal gewinnen das schaffen wir hier ist auch noch ein jump pad der muss ja der ist irgendwo hier in der burg ja aber der stimmt doch ja ne ne dumme die aber wie ist der denn also ich mach das nicht weg komm lieber du ja wie ich hab ihnen ja ich hab ihn dann ja ich hab ihn ich hab ihn Einfach bereit machen, wenn ihr spielen wollt. Randy, danke! Boah, ich fühl mich als wäre ich vom LKW überfahren. LKW? Ja. Hast du schon eine Nummer auf der Stirn oder so? Ne, noch nicht. Dann hat er die Anne getroffen. Ich steig auf den Steifst Dick. Das sind gute Sprüche. Hätte ich nicht gedacht. So, ich mach jetzt noch zwei Spiele mit und dann steige aus. Nein, nicht schlimm. Ich auch. Nun steigst du aus. Ich werde einen Kurspüler, Schlafseemassager und zur Kleinigkeit weischt. Boah, ich habe gestern angefangen, mein Kopfkissen und meine Bettdecke zu waschen. Also... Ähm... Spätfrisch spazier. Und der Mokine fisch gemein. Nein, nicht den Bezug, sondern auch die Decke selber. Okay. Jetzt geht das hier in der Wohnung nach Weichspüler und so. Oh Gott. Ich wasche meine Decke nur einmal im Jahr. Das ist meine Lieblingsdecke. Das riecht immer noch. Ja, hast du ja letztlich erzählt, ne? Ja, ja. Seamuki ist sehr gemein zu mir. Warum? Du bist sehr gemein zu mir, Seamuki. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Warte, wo ist das? Oh, da. Brück mal drauf. Ja, ist okay? Das sind ja eh nur noch zwei Runden. Ja. Wir können ja nach SlurP geben. Vielleicht so. Aber mir ist die Markierung egal. Oh, Slappy Shorts. Wenn ich in seiner Ruhe weiß, muss ich. Ja. Auf Karte? Kannst du ja lesen, ne? Meine Frage, was bedeutet es, wenn diese Stadtnamen in Gold sind? So, Shady Tills. Du hast doch alles gefließt. Da kann doch nichts raus riechen. Da war der Geruchhalter. Oh, wow. Ich rede und ihr hört mich nicht. Geil. Nee. Man hat dich nicht gehört. Ja, ihr nicht. Ich hab extra einen Knopf. Oh, nicht. Was hast du denn erzählt? Ähm. Ich hab erzählt, dass die Sprüche gut sind, die von euch kommen, ne? Mit dem LKW. Ach so. Nee, ich hab gefragt, was es bedeutet, wenn diese Stadtnamen, äh, Shady Tills und so, wenn die Gold leuchten. Einen gelten Namen. Dann sind das, ähm, wie da war das? Brennpunkt ist? Oder was? Äh, ich werd gefragt, wie die Runde laufe. Wir haben noch keinen epischen gemacht. Aber wir haben einen Sieg. Doch jetzt? Wir haben einen Sieg gemacht. Ach, da soll ein guter Loot sein bei dem Namen. Ja. Okay. Danke, Randy. Alter, was ist hier los? NPCs. Aber ich hab noch nichts. Ich bin noch nicht mal gelandet. Ich hab keine Waffe. Ah, die Waffe hab ich schon, aber keine Munition. Ist das geil? Stirb. Ich will deine Munition haben. Ja, ja. Ich hab die Waffe mal genommen. Ich war so frech. Kann ich auch nichts nehmen. Nene, ne, ne, ne. Warte doch erst, bis ich die Dinger nochmal hab jetzt. Danke. Ja, hab ich nicht. Mach nix. Ich nehm die Karte mal mit, ich geh immer rein. Oh, dann hat man zum Trüber gehen. Ich hab nur eine, ne, 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 ne. Ich hab keine Pump mit 4 Schuss. Ich muss mal eben kurz... Dann komm in den Tresor. Ja. Dann komm in den Tresorraum. Ja, komm. Also ich hab keine. Oh! Pack deine Goldwaage ein. Ich? Ja. Okay. Die nehm ich natürlich. Ich nehm die Sniper wohl mit. Ich werf die Pizza, Leute. Da kann man sich komplett voll machen. Oh, lecker. Die hast du aber gut gemacht. Ja, ich weiß. Was voll machen? Die Pizza. Achso. Wenn man den noch Gold sammeln, ich bin voll. Äh, warte mal. So, das haben wir, das haben wir. Ne, da schnichts getrunken oder so. Wollen wir gucken, wo geschossen wird? Ja. Ne, ich brauche ja schon ein bisschen Munition. Du was? Ja, wo ist jetzt Zeit? Da fliege ich immer hin. Ja, wo ist jetzt Zeit? Und meine Frau. Das ist unser Lieblingsort. Ah. Ne, der Randy sagt, da wo wir jetzt sind, da fliegt er und seine Frau immer hin. Das ist deren Lieblingsort. Quatsch. Ich habe da diese Inseln, ich fliege immer zu den zwei Inseln. Ich bin, ich bin bei dir. Ne, vor mir. Vielen Dank. So, jetzt machen wir mal den komischen. Ah, die Biete erobern. Spitze. Da bin ich dabei. Hotspot. Ah, ja. Hat jetzt gerade einer Reigenstörer. Ah, geht hier gleich bestimmt rum. Da ist eine Schatztruhe da oben. Oh, mein. Ja, die kriegt man ganz schwer. Ah. Kann ich die BAMPAM? Nämlich sie doch. Okay. Kann ich die jetzt mal meine Waffen aufwerten, weil ich bin voll mit Gold? Ich noch nicht. Aber ich mache jetzt hier das Ding kaputt. Ich mache mich auch, wenn ich die Tote da oben habe. Ja, ich auch. Soll ich schon jemanden eine Waffe aufwerten? Ne, ich bin goldtechnisch auch fast voll. Ne. Okay. Ja. Also wo wir mal hin? So, wo wollen wir mal hin? Da ist oben noch was. Ja. Wir finden noch so einen Ram-Box. So einen Ram-Box. wie viel ich habe ich habe einen schuss das lange sind das soll sie jetzt so eine selbe truhe ich habe nämlich das 600 spielt ihr auch zusammen ich bin gerade das erste mal zusammen also ich wurde gefragt ob wir oft zusammenspielen aber ich habe euch erst jetzt kennengelernt das ist komplett richtig hier ist eine tür hier ist ein goldene sniper genau ich bin da hingelaufen ich dachte spielte oder andere spiele ich spiele fordneid phasenweise sehr spielen das ist nur das spiel aber ich bin generell einer der alle spielen also ich habe jetzt gerade baldos geht was ich halt viel spiele weil das geht finde ich halt super das haben wir super gemacht super umgesetzt das ist echt wahnsinnig und davor war es diablo was ich da vor gespielt habe ich spiele zwischendurch vieles ich habe jetzt auch switch endlich meine switch angeschlossen gehabt dass ich die endlich streamen kann man wird demnächst auch viel switch content machen also mario kart also party gehen so ist ja da wo man zusammen spielen kann zusammen lachen kann aus der richtung kommen schüsse ist noch sehr weit weg das problem warum rennet ihr zwei immer ich habe nur gesehen dass es da das war geschossen wird das war vor mir da einer genau und da vom berg lasst nehmen die krone jetzt bin ich genau Opa, Opa, hilf mir! Bitte! Moment, Moment, Moment! Ist ja nur noch einer. Einer habe ich gerade noch gekriegt. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ist. Opa, ich habe mal gekriegt. Ich habe schon... Nein, hier. Was ist das? Oh, was hast du jetzt dafür gekriegt? Gar nicht, habe ich vom Gegner. Oh, woher? Ich habe Lila, aber alles lief. Die haben aber richtig krasse Waffen. Ne, zwei. Ich brauche Blue, warte. Da liegt noch ein Biggie. Da auch. Kann das jemand mitnehmen? Ne, ich habe zwei Schlürfsefte. Habe ich mitgenommen. Hier liegt noch eine blaue Pant. Die habe ich schon. Ja, Mensch. Ah, richtig gut, ey. Die haben uns richtig schöne Waffen beschert. So, ne? Ja, lass uns in die Tone laufen. Oh, jetzt lacht er auch noch in die Verkriege. Ich glaube. Lass, benutzt du ein Slot für movement? Benutzt so viel movement items, so wie Granate oder Spider-Man Handschuhe. Ja, nur diesen Hammer. Sonst gar nichts. Ich habe immer drei Waffen, ein Krippskram. Und wie findest du das Update? Was? 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 Weiß ich nicht. Du hast gerade gesagt. Ich sage es niemandem. Ach so. Ich werde grundsätzlich. Ach so. Doch. Ich habe vier Schlürfsefe dabei. Stern, Stern, ja noch mehr Geburtstag kommen auch noch. Ist Stern, Stern? Hast du Stern mit Absicht gemacht oder hast du ein Filter von dir? Wie war das im Bespruch für die Nachlade, dass von der Hand entweder stehen mit 200 Klasse noch unten sind die? Ich habe nachgeladen mit T9. Ach so. Lass uns mal ein bisschen. Ach so. Ich hasse es. Ich gehe pushen. War vielleicht eine schlechte Idee. Aber ich habe mir einen Sturfsack reingedonnert. Einer ist tot. Zwei tot. Ist da noch einer? Na hier. Was macht man? Von welcher Seite? Einer habe ich. Ja, rechts oder links? Ich habe auch einen Nock. Die eine habe ich hier noch. Die eine habe ich hier noch. Dann töte. Ihr wart zwei. Einer muss hier noch sein. Ja, einer war hier. Warte. So. Fertig. Aber ihr müsst immer noch welche mehr. Ach so. Bei euch? Wir müssen gleich wieder mit Zone. Würde bis du wiederkommen. Wobei. Ich komme wieder. Ich habe hier einen Hammer. Ich bin bravig. Siehste. Das Pushten hat funktioniert. Ich habe überlebt. Und ich habe das erste Mal so ein 3er Erfolg. Okay. Ihr habe voll leichte Gegner wie es sehe. Ich bin irgendjemand was braucht. Munition. Tomas. Warte. Ja, ich hätte ja schon gemacht. Und so. Ne. Zu später. Ich habe ja auch noch. Ob wir voll leichte Gegner haben. Weiß ich nicht. Geburtstag von Fortnite kommt auch noch. Echt? Hat Fortnite Geburtstag? Halt. Ich finde die Kampfmaschinenpistole. Wahnsinn. Ja. Ich bin noch jemand ein. Wo sie aus Fortnite sechs Jahre alt wird. Nein. Von da müssen sie gleich noch so kommen. Ja. Habe ich auch gewinnen. Hm. Ne. Ich habe 22 Schuss. Das Ding. Schlafschütze. Der kennt nichts. Ich glaube die kommen nicht hier hin. Ich glaube da. Wo ich da. Wo ich da. Ein 4er Team von. Da. Ein 4er Team von. Da. Ja. Ja. Das ist zu weit weg. Wenn ihr in Position seid. Sagt Bescheid. Dann mache ich mit dem Hammer rein. Weil ich habe nichts zum Zoom. Ist eh gleich oder? Ne. Nicht alleine dahin gehen. Das ist doof. Nein. Ich bin hier in Sicherheit. Ich markiere die nur. Einer ist da. Was für ein Hammer gesagt. Ja. Wenn ihr in Position seid. Dann würde ich da halt hin. Oh. Einer schießt nach mir. Einer kommt da oben vom Baum. Das da oben ist immer gut. Der muss die Karte von dem holen. Den holen. Boah. Das Wasser ne. Ist es schon? Oh. Der hat der denn da. Genock. Tot. Alter. Ist der direkt geplatzt oder? Nein. Da müssten noch 2 da sein. Hier hinten. Bei mir. Kann jetzt leider nicht markieren. Einen habe ich. anyway. Hey, panic down. Oops. utility knapp became fast and intense ungemäßiges abdatange 건 pick alias, ok, 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 ok. da muss er nämlich auch laufen wo ist er denn? ja ganz wichtig das nachladen wo in Richtung Insel drück zu fassen ok dann bleiben wir einfach ja wir müssen da leider hin also in die Richtung hier sind nochmal die blauen Pflanzen ich bin voll da oben sind welche wie alt seid ihr den so alt so bin 40 in der tank wahrscheinlich oh Andy also ich bin fast 40 und die anderen ja ich darf es sehen nein 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 einen habe ich oh der ist ein Koffer nein einen habe ich nein shit ich hätte nicht durch das nehmen sollen ab der heilt sie jetzt shit der hat den Koffer geschmissen der Typ ah schade ich werde jetzt noch den am Koffer sterben doch der Koffer ist übel schade die Zonen kommen auch noch ja schade ha 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 passiert aber hey vierter Platz ist top 10 ja 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 bin ich auch also dann lass einmal Lobby und dann drei Quellen alles ja machen wir warte mal jetzt zurück machen also Lobby ja das Spiel ich habe level 990 erreicht oh noch ein level bis zu 100 ja ich werde auf jeden Fall die 200 erreichen oha das ist ein Ziel Alter erziele einen ewigen siegel eliminieren das ist gut das ist gut nochmal was ist gut was du als Frau gelesen hast Erfolg geschafft achso also ne ich bin 40 das habe ich schon die Aufgaben ah und Helena und Thomas schätze ich so auf 60 oder 50 circa und Lars den schätze ich aber auch auf 50 hm verdiene EPS im Erlebnis von realtor ja wo sind das creators das sind das sind wie Deppfrans zum Beispiel also so creator maps meilensteil habe ich voll überlebensmedaille ah das ist das was du sagst ja ok erziele einen epischen siegen zehn eliminierungen erziele einen epischen siegen ich äh ich muss einen epischen siegen sieben eliminierungen den beiden bei exotisch eins yeah eins meet ich auch wo sehe ich denn die Aufgabe Thomas würdest du vielleicht bereit machen ne ok ne ein krone hm wenn ihr den kronen siegt ja das war meine allererste runde äh in dieser season ich komm rein töte einen kronenträger nehm seine krone und gewinn hammer warte mal ein krone ich berechne immer die Zeit wann ich habe glaube 18 ah ja warte ich höre dich noch nicht alles ja ich muss nur noch die Küche komm wir mal verbinden sich gleich erst warte 10 Sekunden bei mir kommt halt jemand tut was oder ablässern ok was ist denn jetzt hier entdecken ok hallo aber egal warte noch richtig nicht verbinden 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 wie das also leute wir müssen ein sieg machen warum ich höre dich immer noch nicht wegen der medaille alles gut jetzt dann musstest du aber ein habe ich doch wunderbar jetzt habe ich es war erzählt wenn wir alle einen machen wo also sie bestehen im ganzen zählen für sie alles klar ich war gleich los ich habe gerade eine runde angefangen ja da wollte er hin hast du gehört ne 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 warte warte halbe stunde zeige ich los wenn wir auch mal spielen hm wie gesagt tut mir leid weil die runde gerade angefangen hat ja bis gleich so das ist für mich die letzte runde meine frau kommt heute aus dem krankenhaus ich muss den los von abholen ja natürlich aber ein spieler hat davon die erfahrt aber mit spieler darf ja wir sind ja voll wenn die wir spielen beim nächsten mal auf jeden fall mit aber spätestens freitag bin ich wieder am spiel am start ähm ja genau aber du kannst schon mal dörte enden und soll dann reinkommen kann ja wie du uns mitspielen aber kannst auch hier mit ähm mit dem thomas mit spielen das ist meine letzte runde so ok eigentlich meine vorletzte ach so ja ok dann eine noch aber nur weil du so nett gefragt hast also wenn du kannst gern bei matthäus mit spielen oben links ist ja den namen von denen hoffentlich und ich bin spätestens freitag wieder am start wow ich werde schon beschossen ich habe keine waffen ja 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 naja ja 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 ich habe die ganzen bots hier gefühlt ja ich würde so was geforben das war jetzt echt schlecht von mir auf und wo schießt er denn von hinten naja hier bei mir ist auf jeden fall ein typ das war eine sehr schnelle runde muss ich sagen da war eine sehr schnell kurze runde aber sowas musst du auch geben sowas musst du auch geben ich krieg das schon so was gibt es tatsächlich auch zwischen die sonne das ganze am guten und auf einmal der realität weil man weiß ja selber dass man ja nicht der beste ist ich meine top 100 und dann kommt dann sowas und dann ist es schnell tot jetzt wurden wir einmal wieder in die realität geholt kurze runde ich bin raus ich bedanke mich fürs misspielen habe auf jeden fall richtig laune gemacht und ich hoffe ich bin bald wieder aber ich war jetzt ins krankenhaus ich muss ich aber ich muss aber ich halte 5 tage weg ich freue mich drauf und wir sehen uns auf jeden fall wieder